Jo, servus, hi, ich bin es der Tiroler. Willkommen zu einem neuen Video. Ich wurde vom CB Stefan nominiert für die VA für unter 1000 Abonnenten Challenge. Und die Aufgabe dabei ist, so wie ich das verstanden habe, mindestens drei Kanäle, die unter 1000 Abonnenten sind, zu erwähnen. Und das werden wir jetzt mal machen. Zum Ersten möchte ich mal mit dem Benni Outdoor anfangen. Ja, ist ein ganz netter Kanal. Mehr so auch in Richtung Wanderungen, aber probiert auch ganz gerne mal ein bisschen was rum und so. Ja, schaut einfach mal rein. Dann den Alex Survival. Ist verhältnismäßig noch neu in der Branche. Ist aber auch ganz gut drauf. Hat natürlich wie alle ein bisschen noch was zum Lernen. Der eine mehr, der andere weniger. Aber probiert auch gerne rum. Macht auch immer Spaß, den zuzusehen. Und dann wäre noch der Adventure Bushcraft, den ich da jetzt von den drei jetzt am häufigsten sehe. Ja, scheint auch ganz ein cooler Typ zu sein. Bin ich auch immer gespannt, was da als nächster kommt. Und ja. Dann noch ein, zwei Worte an den CB Stefan. Du hast ja gesagt, ich bin ein ganz lustiger Kerl. Manchmal auch ein bisschen Blödsinn machen und rumprobieren und so. Naja. Blödsinn machen, rumprobieren, lustiger Kerl. Jetzt nicht so. Ich meine, meine Mehlwürmer können das bezeugen. Hier, der Beter da. Seht ihr. Der ist ganz dagegen. Der versteckt sich schon. Der treibt schon Fremdschämen. Und ja. Aber die lassen wir jetzt in Ruhe, weil Nahrung muss ja auch ganz in Ruhe wachsen und so. In diesem Sinne. Ich hoffe, euch gefallen die Kanäle. Ihr könnt damit was anfangen. Und ja. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Tiroler. Ciao. Jo. Servus. Ich bin Tiroler. Willkommen zu einem neuen Video. Ich wurde vom CB Stefan nominiert für die unter 1000 Abonnenten. Soll ich schon Euro sagen? Meine Güte. Ja, unter 1000 Euro stimmt auch wieder. Tränenkühle. Ja, unter 1000 Euro Challenge. Jo. Servus. Ich bin der Tiroler. Willkommen zu einem neuen Video. Ich wurde vom CB Stefan nominiert für die unter 1000 Abonnenten Challenge. Jetzt wollte ich schon wieder Euro sagen.